Bifaziale Module haben viele Vorteile, aber sind euch auch die Nachteile bekannt? Bevor ihr euch für eine PV-Anlage mit bifazialen Modulen entscheidet, solltet ihr die folgenden vier Nachteile kennen, damit ihr anschließend selbst entscheiden könnt, ob bifaziale Module für euch in Frage kommen. Hallo und herzlich willkommen zu Elektronikzeit. Lasst uns direkt starten mit dem Nachteil Nummer 1, die Mehrkosten. Die Solarmodulpreise sind in den letzten Monaten immer weiter gesunken, so auch die Preise für bifaziale Glas-Glas-Module. Dennoch sind bifaziale Module immer noch 10-20% teurer als Glas-Folie-Module. Die höheren Kosten sind unter anderem auch auf den aufwendigeren Produktionsprozess zurückzuführen. Das höhere Gewicht wirkt sich sicher auch auf die Transportkosten aus und somit am Ende auch auf den Endpreis. Hier solltet ihr euch gut ausrechnen, ob sich der Aufpreis genau für euren speziellen Einsatzzweck auch wirtschaftlich lohnt. Eine höhere Anfangsinvestition kann auch zu längeren Amortisationszeiten führen. Eventuell sind die aktuell sehr günstigen Glas-Folie-Module doch die bessere Wahl. Nachteil Nummer 2, das Gewicht. Wie gerade schon erwähnt, sind die bifazialen Glas-Glas-Module schwerer als Glas-Folie-Module. Es muss deshalb umso mehr vorab die Tragfähigkeit am Installationsort geprüft werden, damit es zu keinen statischen Problemen kommt. Unterschätzt hier auf keinen Fall das Gewicht der Module. Das gilt natürlich auch für Balkone, falls ihr ein bifaziales Balkon-Kraftwerk installieren möchtet, die ja mittlerweile auch schon sehr günstig zu haben sind. Das höhere Gewicht hat aber noch einen weiteren Nachteil. Es erschwert zudem auch die Installation und kann in manchen Fällen auch zu höheren Installationskosten führen. Sprecht das am besten vorher mit eurem Fachpartner ab. Hier empfiehlt sich auch ein Angebotsvergleich und eine kostenlose Beratung, die ich euch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt habe. Nachteil Nummer 3, die Langlebigkeit. Ihr habt richtig gehört, tatsächlich die Langlebigkeit kann ein Nachteil sein. Jetzt fragt ihr euch sicher, wie die Langlebigkeit ein Nachteil sein kann. Die bifazialen Glas-Glas-Module sind in der Regel langlebiger als Glas-Folie-Module und haben auch eine längere Leistungsgarantie. Was ich ja bereits im letzten Video im Detail aufgeführt habe. Das ist natürlich ein großer Vorteil, wenn die Module möglichst lange im Einsatz sind. Nach anfänglichen Mehrkosten kann dann nach der Amortisationszeit noch möglichst lange Strom erzeugt und Erträge eingefahren werden. Doch hier sollte man bedenken, dass es im technischen Bereich unglaubliche Weiterentwicklungen gibt. Gerade jetzt, wo weltweit der Fokus auf erneuerbaren Energien gelegt wird und sowohl in der Forschung, aber auch in der Entwicklung weitere bahnbrechende Entwicklungen gemacht werden. Zudem verbessern sich auch die Mittel zur Weiterentwicklung kontinuierlich. Das heißt, in der Forschung und Entwicklung kann zum Beispiel auf die künstliche Intelligenz zurückgegriffen werden, die sich ja jetzt auch von Tag zu Tag immer weiter entwickelt. Das heißt, dass die Werkzeuge für die Entwicklung selbst immer besser werden und somit die Entwicklung auch schneller voranschreitet. Das gilt dann auch für Simulationen oder für Produktionsmöglichkeiten. Es ist also gut möglich, dass bereits in 10 Jahren Solarmodule für den gleichen Preis mindestens doppelt so hohe Erträge liefern. Wie sieht es dann erst in 20 oder 30 Jahren aus? Möchte man dann wirklich im Jahr 2053 die veralteten, noch funktionierenden Module vom Jahr 2023 betreiben, wo es doch zu diesem Zeitpunkt schon viel effizientere Methoden gibt? Sollte man hier deshalb aus wirtschaftlicher Sicht den Fokus nicht unbedingt auf die Langlebigkeit, sondern auf die bessere Amortisationszeit legen und wenn es sich lohnt, doch Glasfoliemodule kaufen? Diesen Punkt müsst ihr wirklich selbst entscheiden und dabei natürlich auch die anderen Vor- und Nachteile der bifazialen Module berücksichtigen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr dazu meint. Dann schauen wir in 30 Jahren nochmal drauf. Nachteil Nummer 4. Örtliche Einschränkung. Bifaziale Glas-Glas-Module spielen ihre Stärke des Mehrertrags nur aus, wenn über die Rückseite des Moduls genug Licht einstrahlen kann. Das heißt, die richtigen Standortbedingungen sind hier von größter Relevanz. Die Neigung des Moduls, die Ausrichtung, Bodenreflexion und ausreichend Abstand zum Boden bzw. zu anderen Oberflächen sind hier wichtige Faktoren. Wer bifaziale Module so installiert, dass nur wenig Licht auf die Rückseite einstrahlt, hat diesen Vorteil verspielt. Das gilt zum Beispiel für Aufdachmontagen oder auch bei Aufständerungen oder Balkonkraftwerken, wenn die Oberfläche in der Umgebung einfach zu wenig reflektiert und wenig diffuses Licht auf die Rückseite einstrahlt. Von welchen Faktoren die Erträge abhängen und wie man bessere Erträge erzielen kann, habe ich ja bereits in einem anderen Video beschrieben. Den Link dazu findet ihr auch oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Überlegt euch also vor dem Kauf, wo und wie ihr eure Module installieren möchtet und ob gewährleistet wird, dass auch auf der Rückseite Licht einstrahlen kann. Fallen euch vielleicht sogar noch mehr Nachteile ein? Ergänzt es gerne in den Kommentaren. Eure Erfahrungen helfen der Community auch weiter. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.